Oder du baust drüben an der Seite, in der Nähe, äh, neben meinem Feld. Neben deinem Feld? Ich baue hier. Nein, 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 das soll schon auf unserer Insel sein. Hier baue ich jetzt schon ein Stein-Ding. Achso, auf unserer Insel soll das sein, sagst du? Hm. Okay. Wusste ich ja nicht. Doch, doch. Ich habe ja alles mit dir, wirst du nicht bauen. Nee, ich wollte, ich will mir keiner machen. Ich habe nur einen Weg von da. Ich habe zu viele Diamanten, deswegen wusste ich dir irgendwo ausgeben. Ist das Koppel? Kommt das irgendwie dekadent rüber? Nein. Gut. Ah, das ist Koppel. Wasser-Affinität, willst du mich ficken? Ja. Ja, man, einen Helm gibt sowas. Eins, zwei, drei, vier, fünf Dias, okay. Ihr baut dann schon einen gescheiten Weg hin, oder? Weil ich will jetzt nicht euer Landbild zerstören. Nö. Alter, mein Bogen hat jetzt Stärke 3. Geil. Boah, du bist so... Sag mal, du hast die ganzen Stärkebögen von mir genommen, oder? Äh, nein. Ich verzaube mir gerade Bücher mit Stärke. Ah. Und kombiniere die dann. Geil. So, mein Diaspizacke ist jetzt auch wieder. Voll. Denn Effizienz 2 habe ich keinen Bock wegzugeben. Mach Effizienz auf dem Bogen. Mach das. Es gibt bei Bogen nur Stärke 2, glaube ich, Maximum. Du kannst trotzdem Effizienz drauf machen. Kann das sein? Was bringt das? Effizienz auf dem Bogen? Da mach ich jetzt mein... Nichts. So, mein Diaspizacke hat es eben Schärfe 2. Das bringt halt einfach mal nichts. Wollte ich auch noch machen. Schärfe 2. Aber ich hab halt im Moment... Ich will halt erstmal dieses eine Scheiß-Diaspizacke hier verbrauchen. No, einfach nur. Wir machen bis Schärfe 4. Ja, okay. Wir machen die Zombgear-Taktik. Okay. Die Zombgear-Taktik. Und die sterben. Genau. Mit den Büchern. Das ist die Zombgear-Taktik. Das wirst du früh genug erfahren, wenn wir irgendwann mal Krieg haben. Aber werden wir ja nicht. Werden wir ja nicht. Wir werden höchstens Krieg haben mit der schwarz-antiken... Alter, du Tür, Junge! Nimm nicht den Weg! Boah, ich schwör mal an der Tür. Mach keinen Stress, ich schlag doch. Hast du voll Leben? Ja. Ey, Tür, Alter. Wenn du Stress wüsst, ich hol meine Axt raus. Alter, was brauchst du hier hässliches? Bist du behindert? Du mit Tür, Alter. Ich baue gerade Grundriss erstmals. Lass mal. Erstmal, das ist sozusagen der Weg. Und das wird jetzt sozusagen mit Sandstein und... Braucht noch irgendjemand von euch ein Stärkebuch? ...stille von euch, die jetzt in den Hafen außen stehen. Was sagst du? Braucht noch irgendjemand von euch ein Stärkebuch? Äh, Stärkebuch eventuell von meinem Boden, ja. Stärke 1. Stimmt, ich wollte mir auch einen holen. Warte mal kurz, ich gönne mal kurz einen. Bis gleich. Bist du denkst, er ist schon lange weg, redet er nochmal. Schlimm, gell, weißt du, man denkt, man denkt, das Übel ist weg, aber es ist trotzdem noch da. Sag mal, es ist wirklich so. Das ist Can, wie er leibt und nervt. Ne? Das ist Can. Can ist sieben Jahre alt. Can ist dein Hurensohn. Noch mehr Kompliment? Im Winter baue ich mir jetzt eine fette Unterwasserbasis oder eine saueklige... Oder eine saueklige Scheißstadt. Unterwasserbasis ist geil. So, aber wieder da. Aber Kalle, du darfst nur einmal duschen im Jahr. Ja, das war echt. Denk dran. Unterwasserbasis ist echt geil. Würde ich dir auch helfen. Also ich würde dir ja sowieso helfen, aber unter Wasserbasis ist geil. Also wenn ihr euch auf meiner Insel einquartieren wollt, auf meiner fliegenden Insel, dann könnte ich euch das immer noch anbieten. Ja, ich wollte gerade sagen, fliegende Insel könnten wir auch bauen, aber das hat ja Niko schon. Niko. Niko. Ich bin doch egal, ob das Niko ist. Aber wo willst du die hinbauen, Kobi? Ja, ich habe schon den sauegein Platz. Ich baue jetzt auch hier mega alles fake. Ja, wo denn? Wo denn? Ja, ist doch geheim. Ist doch eine Unterwasserbasis. Achso, da dürfen wir nicht mit hin, oder was? Ne. Dann erkläre ich dir jetzt den Krieg. Keine Teammitglieder hier. Ich habe dir jetzt den Krieg erklärt, Kobi. Ich brenne jetzt dein Haus ab. Dein so ein Schrappleiser. Ne, das mache ich jetzt wirklich, ohne Witz. Ja, dann pisst ich halt dein ganzes Leben. In drei Minuten bei dir. Genau, Alter. Muck mal nicht so auf, Kali. Nein, Spaß. Ich liebe dich. Ich bring John am besten auch noch um. Ich piss gleich John ans Bein. Wie so ein scheiß Hund, Alter. Wie so ein räudiger Köter. Ich piss jetzt John ans Bein. Ich bin behindert. Oh, meine Blase ist noch nicht leer. Ah, ich piss aber mal weiter. Alter, ich habe mir jetzt gerade so einen richtig geilen Monte geholt. Und jetzt nur noch einen scheiß Reliance. Du, mit der... 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 Der hat mir jetzt seinen scheiß Monte immer. Ja, ein Monte ist geil. Ich habe gerade richtig voll geilen runtergeholt. Du hast da so richtig geilen mit Monte runtergeholt. Das ist voll eklig. Oh, ich halte die Flüsse. In dein Monte rein. Hast du noch gegessen? Boah! Da, lecker! Da, lecker. Also, ich esse ja immer... Ich esse, mach das ja immer bei Frühstücksflakes, aber nicht bei Monte. Ich weiß nicht, wie abartig ist das denn? Gell? Wie eklig bist du, du... Du bist doch voll lecker. Sau lecker! Hm. Vorher du ins Mikro warst. Ging eigentlich. Oh, das wird in sein Mikro ejakuliert. Das war ein Husten. Nico ist dein... Da musstest du dich erst mal selbst unterbrechen, bevor du Krieg anzettelst, ne? Warum sind wir eigentlich alle so scheiße auf Krieg aus? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht über... Ich bin voll der friedliche Bauer. Boah, Kubi, ey. Mach keinen Stress. Echt mal. Nico, lass mal zusammenschließen, alle töten. Ja, lass Kubi töten. Nein, bitte nicht. Ich habe doch nichts getan. Okay, Alex. Alex nicht. Alex ist in Ordnung. Alex töten, alles klar. Oh, noch mal. Bin dabei, bin dabei. Wo ist er, wo ist er? Bei uns gerade. Und seit Alex Nils töten, alles klar, bin dabei. Okay, nächstes sowieso ein scheiß Mongo. Der hat's verkackt. Sackt, der scheiß Mongo, ne? Kali. Oh, bitch beef. Kali. Kali. Kali, ich glaube, du hast deine Gefühle getroffen. Ich würde es lieber nicht zurücknehmen. Kali. Kali, was denkst du, wie viel könnten wir jetzt in diesem einen Gespräch noch zitieren? Pff, keine Ahnung, einiges. Ha, der Herd, ich dir. Er mag mich mehr. Kali, deswegen habe ich dich trotzdem lieb. Verdammt. Kali's Gedanken. Verdammt! Nein, 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 nein. Oh Gott, du bist so laut gewesen, Gerhard. Boah, Kubi, ey. Nimm mal eine Chillpilfe. Oh. Boah, halt deine dumme Presse in deinem Team. Warst du Chillpil? Ganz ehrlich, Alter. Oh, chillpil. Geh dich erhängen. Heute ne. Erhängen. Heute ist ein schöner Tag. Erhängen, ey. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle... Hör auf! Hör auf die Kopfschmerzen! Sing weiter, sing weiter. Ich gebe dir Diamanten dafür. Jede Körperzelle fühlt sich froh. Beste Bezahlung ever. Sing weiter. Ich gebe dir Diamanten dafür. Zweck. Sinn und Zweck davon. Oh, oh. Ein Schlucht. Ein Schlucht? Schürrer! Hofft sie ab. Barbie. Barbie? Ja, Barbie. Barbie und Ken. Aha, Nils hat das Spiel verlassen. Okay, was hat das damit zu tun? Nilsi, kannst du mir das mal erklären? What the fact? LOL. Mein Minecraft ist gerade abgeschmiert. Ey. Warum schmielten wir euch immer Minecraft ab, ey? Voll Kack-PCs. Kauft euch mal hier so ein i2er... ...ding. Kauft euch mal Minecraft. Kauft euch mal Minecraft, ja. Kauft immer den Eben, Mann. Er ist ja alle geklaut, ne? Na was los? Kala, hast du da Minecraft nicht auch im Kiosk gegenüber geklaut? Ja, Mann. Oh, Leute. Was ist denn dein Problem, Alter? Hast du wieder deine Tage? Hä? Java, GM, Plattform, SE, BinderRailview funktioniert nicht. Ja, das ist doof. Das ist echt doof, John. Dann kannst du wohl nie wieder mehr Minecraft mit uns spielen. Gerade. Verdammt. Wir trauern ganz schön um dich, John. Ja, ist weg. Ja, tschüss. Jetzt geh ich mich aufleihen. Erbiss dich. Jetzt geh ich endlich aufleihen. Haters gonna hate. Hey, what the fact? Du hast das Spiel betreten. Oh, nee. What the fact? Dann hat Betreten das Spiel betreten. Du kannst mal doch pissen, ey. Ich finde, wo du heißt Betreten in Minecraft und dann steht einfach da, Betreten hat das Spiel betreten. Ich hab gefragt, wer ist betreten eigentlich? Ich hab gefragt, wer ist betreten eigentlich? Ja, dann lass es einfach rein, okay? Ja, okay, dann sehen wir uns bei der nächsten Folgen. Das war's. Spielst du heute halt mal nicht mit. Gehst du lieber Maltic einrauchen. Genau. Das macht John nicht. John ist ein ordentlicher. Ja, der kifft. Nein, macht er eben nicht. Der kifft, äh, was war das nochmal? Den Egg? Grüne Algen. Den Egg? Das ist sehr sch... Gerade. Ich weiß gerade nicht, warum das... Ich lass jetzt einfach mal laufen. Du lässt laufen? Ah, das ist... Er lässt es einfach mal laufen, ja. Du weißt ja, dass ich aufs Klo muss, aber das finde ich jetzt echt unfair, dass du das so machst. Einfach so noch mit, noch dazu mitten in der Aufnahme, wenn ich hier gerade pinkeln muss. Dann lass halt laufen. Ich mach mir schon ins Höschen halber und dann kommst du, gleich loslaufen. Das hätt' ich dir vorstellen, wenn der Netz einfach sich einseicht, ne? Ich fände das jetzt echt asozial, wenn du das jetzt tun würdest. Kalle. Schau, was brauchst du nun unter Wasser, ja? Ja. Boah, hast du deine Tage? Hör nur mal zu, ey, ernsthaft. War mir nicht sicher. Ich geh gerade halt ernsthaft Kohle farmen, ne? Ey, Kalle, Kupi, wer auch immer von euch da ist, kann ich von... Was will er? Doch, Lapis Lazuli. Wozu brauchst du denn, Lapis Lazuli? Du hast Verwendung für den Scheiß. Ähm, wo finde ich das brauch? Ähm, ganz einfach gesehen, ich brauch für die Seitenwände. Nein, schützt nicht ab, nein, stützt. Schützt ab, abgestützt. Abgenommen. Ja! Er hat verlassen. Oh, wie fies. Leute, er hat das Spiel wieder verlassen. Ja, wir haben es gesehen. Mit dir rede ich nicht, Kupi. Ja, das ist schon kein Event mehr. Ja, Kupi, du bist voll assi. Lass, lass töten. Ja, komm, ey. Ne, wir haben, äh, sorry, wir haben keinen Lapis, wir haben nur... ...8 Stacks. Ja, 8 Stacks, was? Tut mir leid, Lapis. Wirklich nicht? Schade. Wieso steht... Ich frag mich gar nicht. Was kannst du nicht? Nein, nein, ich frag mich gar nicht. Okay, das lag an Optifine. Also kann ich? Ich weiß nicht, ob die Feind drin hatte. Oh. Bitte. Mit dir zwei Stacks raus. Ach, aber nicht mehr. Aber Mineral. Aber mach's wieder ordentlich. Äh. Schätze. Zwei Stacks hieß es, ne? Zwei Stacks. Ich bin jetzt grad Cliffhanger. Darfst dahin, darfst dahin. Ich bin voll der schlechte Cliffhanger. Dankeschön. Passt das so? Ja, danke. Gut. Dann kannst du ja schnell mitkommen und nachgucken, was ich grad mache. Hab grad schon gedacht. Du wix, fies Gerät, Junge. Fuck, boah. Kubi, drück dich mal in der richtigen Sprache aus. Oh, nicht schlecht. Ja, da musst du ja wieder lachen, her. Das find ich voll vulgär. Findest du voll vulgär? Vulgär. Das ist so ekelhaft, ey. Mit Lapis-Lazuli-Blöcken, ey. Ich dachte, ich mein's mir. Ey, ey. Ey, er sagt einfach tausendmal, ey. Ey, was geht da ab? Also Redstone eigentlich. Boah, Lapis mich nicht an, ohne Witz. Ja, ich glaub, das ist geiler. Nee, piss mich nicht an. Ich wollte dich jetzt... Warte mal. Zeit für ein Zitat, komm. Nee. Nee, das war kein Zitat. Das ist es nicht wert. Das war ein Bottom-Tiss einfach. Ich müsste... Komm, da. Bitte, mach ein Zitat, das war gut. Ja, warte, ich mach grad eins. Das war ein schlechter Wortwitz. Okay. Komm, der war gut, oder? Oh, f*** dich. Einfach mal no. Nope. Alter, Kalle, der Teil mit einfach mal no, das ist so geil. Jo. Da steh ich voll drauf. Ja, ich auch. Da würde ich nur nachts von einem runterhobeln. Boah, yo, Jesus. Oh, ich nehm jetzt mal ne Eisenschautel. Ich hol mir nur nachts einen runter, weil, weißt du, ich will meinen Penis nicht sehen. Der ist voll hässlich. Geht eigentlich. Oh, Mann. Ich find's ja geil, dass du das warst. Das meine ich mal als erst mal die hier. Weil bisher schwebt der ganze Scheiß einfach nur in der Luft. Oh, wix zwei Level, wix zwei Level. Dann greif ich Kubi an. Hoch, schnell, hoch, schnell, hoch, schnell, hoch. Dann hab ich nämlich meine komplette Dia-Rüstung verzaubert. Was, du hast schon eine Dia-Rüstung? Und dann hat Kubi keine Chance mehr. Dann geht's Bitch-Beef. Und 30 Pfeile hab ich auch dabei, ja, das dürfte reichen eigentlich. Boah, 30 Pfeile, ey. Alter, bist du OP? Reicht auf jeden Fall. Monster-OP. Über-Monster-OP. Ja, ich bin dafür, dass wir uns goldene Äpfel machen, oder? Äh! Oh, ich bin schon wieder so behindert und laufe wieder in den Scheiß-Laber-Krube rein. Äh, Alex, ich bau dir mal da Pistler zu dir ab. Na, weil ich voll nett bin. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich froh. Alter. Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich ertrink fast. Nein, ich ertrink nicht. Wuhu. Was like. Ja? Ich hab zwei Lapislazuli-Blöcke abgebaut mit der Glück-3-Spitzhacke, ne? Ja. Ich habe 29 Lapislazuli rausgekriegt. Geil. Nicht schlecht erspricht. Ja, aus einem Lapislazuli-Blöck kriegst du auch arschviel raus, im Normalfall. So, ich bin Level 2, sehr gut. Ab, wieder nach oben. Also, ich bin Level 15. Du könntest, dann könntest du eigentlich mal meine Rüstung machen, wenn du lieb bist. Aber eigentlich selber, ich wollte mir aber eigentlich gleich erstmal... Ein Hobeln gehen. Obwohl, nee, den Powerbogen, den brauche ich nicht, du hast eher die Rüstung. Nee, ein Hobeln gehen brauchst du nicht. Na? Na ja, eh nicht. Boah, Kobi, du bist heute so lustig. Mega, ey. Hautsache, ich schreibe erstmal die ganze Zeit bei Doomstreibe. Ist der Running-Gag. Weil ich verstehe das einfach nicht. Bleib auf Steuerung drauf. Ich finde, Sean hat einen großen... Sonne an. Vielen Dank.